jo leute und damit willkommen zurück zu super mario allstars mit flash mit zentus nach der kurzen unterbrechung wegen controller tauschen blablabla ja pro controller ja ich habe nichts rücken hatte und ich jetzt was du jetzt ich konnte gerade nicht trugen aber wir sind nur da wollen wir nicht weil ich müsste hingegangen bin ja und das ist egal ganz ehrlich das ist ja nicht so dass ich das mit den aufnahme gemacht ja weil hier ja bei den anderen da hast du immer dann nicht bleiben keine speicher und die sind auch einfacher man kriegt jedoch wieder neu ja ja aber wir doch so gespeichert hatten war doch irgendwann eingang ich wollte noch nicht mal hinspringen aber merkst du schon geht es besser wieder bei mir ja genau sieht man ja diesmal habe ich nicht zweimal springen belegt das war knapp ne war geplant ja 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 sagen sie alle besonders wenn sie flash heißen und großen schaden haben derp 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 ausgetrickst so springen in ein loch du blöde ding immer am falschen vorbeispringen und gleich schützt er da wieder ab ja nein das meine ich ja nicht alter penis kopf wegen dieser pixelweite deswegen wird es auch oben gewesen da stürzt er gleich irgendwo ab und tschüss gerade tschüss gerade auch nicht dieses komische level was sitzen die ganzen dinger da oben ist kann sein weil sie nicht diese kack zeit zeit ist eigentlich auch nicht schlecht haben sie jetzt mal gewechselt ich habe auch springen gedrückt aber da war aber ich nicht gedrückt hatte übertreib mal gleich ja scheiß tausender syndrom jetzt hau ab alter alter du musst mal oben an die kante gucken wenn er hochschmeißt siehst das ja was war das keine ahnung irgendwie so ein bisschen buggy oder so oder kommst du da hoch oder immer irgendwas aufgetautes eben nein tot die fresse du bist zu behindert halt das maul anders behindert ja das ist voll spaß die sind rum ich habe dich noch nicht mal berührt ja genau das sagen sie alle mach halt's mal aus ok yolo one verpiss nicht wie ist denn das da oben immer keine ahnung seine kackhand oder so verdammt verdammt wie viele versuchen wir eigentlich wieso du willst es ernsthaft durchspielen da spiel ich ja lieber ne das sag ich lieber nicht da spielst du ja lieber kaiser ja was ehrlich du brauchst das noch nicht mal aussprechen denn ich weiß was du meinst ich habe keine ahnung aber ich würde trotzdem sagen dass wir das auf jeden Fall beenden werden wenn wir das in nächster Zeit nicht schaffen wenn ich mal so sagen irgendwie beenden wir das schon wenn wir 10.000 abstützen naja ist klar du mich auch was denn du bist behindert ja genau du schmeißt den ersten da rein warte du springst ausgetrickst und ich spring genau drauf ich wollte den eigentlich du wolltest einen Stachel im Arsch haben du wolltest einen Stachel im Arsch haben ich finde das immer noch zu geil dass einer das innerhalb von unter 5 Minuten oder in 5 Minuten geschafft hat immer durch durch die ganzen Bugs ausnutzen so der hat doch lange weile das ist doch auch eine lange weile ne und da man hier rein da hat er fast schon wieder eine Schulkunde geknutscht ach denkst du man hält einen Controller ja ja wenn er das umschaltet so klick 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 stirb deine Oma stirbt auch gleich nein ne nein blä 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 jump jump da war ja was da war ja was ich sagte Barte nein in dem Moment da habe ich aber schon spring gedrückt du musst die Verzögerung bedenken 79 anfangen ey du musst du Kartoffelsack du musst die Verzögerung doch bedenken tschüss alles klar alles klar alles klar alles klar ne ich komme wieder von 1.Level an ne ne doch oder 8.1 verging da an aber falsche Richtung aber man hört den Controller nur wenn ich dabei rede ne bist doch schlecht ja 8.1 egal das rase ich jetzt durch die 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 genau das habe ich gemeint lauf 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 ja aber ich habe das schon besser hingekriegt mit den Einstellungen das war immer nicht schon schlimmer so dass ich mit dem Xbox Controller so oft will ich an den Einstellungen vor dem Mischpult in letzter Zeit rumgestellt habe wie langweil hat das ne das vom Sound her auch besser klingt das war ja ich habe nichts gesagt eben ich habe nichts gesagt eben ich habe nur gesagt und tschüss naja schaut dich gleich ne sicher ne stirb weee stirb wir werden mal gegenseitig wollen dass wir sterben ja klar dem 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 ich weiß warum machst du sowas ich rede warum redest du weil ich reden kann warum spreche ich in dem Moment wo das Vieh hochgeheelt weil du abgelenkt warst ne nicht ganz weil du schlecht bist du hast eine Null die ich dein Leben jetzt hatten du bist behindert ja dein Leben hatten auch Null hm oh mein gott ich wollte dich sprengen ne da warst du für scheiße ich hab doch gar gesprungen hast du nicht gesehen ja und ja das wollte ich eigentlich nicht ich wollte eigentlich durchlaufen dafür bist du ja voll leise grad ich hab nicht geschrien hat jemand Dezibel bestellt nein und tot schade nö ich bin immer an dem vorbei hm immer an dem vorbei hm mal luck luck am kack wir sind bei 11 minuten und wie oft sind wir jetzt schon wieder verreckt keine Ahnung genug auch genug Ich hab... ich wollte drauf drücken und irgendwie hab ich vorbeigedrückt. Ich hab vorbeigedrückt. Das sind Knöppe. Weiß ich nicht. Das sind keine Pixel, das sind Knöpskes. Ich hab da irgendwie vorbeigedrückt, keine Ahnung warum. Scheiße ey. Das sind fette Knöppe. Da passen auch deine Wurstfinger drum. Ich glaub du hast eher Wurstfinger als ich. Ja, aber meine Wurstfinger... Treffen die Taste. Oder sollten sie. Sollten sie ja. So, mit einem Leben schaff ich dann dieses kack Level und stürz danach kurzzeitig wieder ab. Klar. Weil es ja nicht ein neues hier. Ich hab's nicht gehört, weißt du doch. Gab's da keinen Pilz unten in dieser... in der Röhre? Nee. Schade. Gab's hier überhaupt nen Pilz in dem Level? Weiß ich nicht. Hallo? Ich hab dieses Mario so selten gezockt. Ich hab immer das... Wo ich verwandeln konnte und so. Ja, bestimmt steht dritte Teil. Ja, der dritte. Super Mario Bros. 3. Den mochte ich. Hallo? Das war ja auch einer der ersten Mario Teile... Ne. Super Mario World war einer der ersten Teile bei mir. Soll ich mal sozial sein? Und... Wieso? So... Und beim Nachbarn hatte ich den dritten Teil... Two... Uh... was... 3 gezockt. Im Tinten Magde ich nicht Warum Ich war doch drauf und habe zurückgedrückt Ne du hast dich erschrocken weil ich hach gesagt habe Nein ich habe zurückgedrückt Das sagen sie alle Ja, sie haben aber nur weiter geschlittert. Die immer in den Teilen. Irgendwie schlittern die immer in den Teilen. JA JA JA! Da wärs auch fast runter geflogen eben. Bei dir lagst du grad wieder? Nö, na doch, doch. Da hat ein Ping weg. Doch, was ist irgendwas? Ich hab glaub ich noch Steam auf dem Updaten. Achso. Mit Steam hab ich geschlossen. One, one, bam, bam. Äh, dip turn. Ich hab extra Fallout bei Steam aktiviert normal. Wenn ich wenigstens Erfolge bekomme. Ja, wenn du so spielst, dann kriegst du ja keine Erfolge. Wie, so spielst? Wenn du, äh, kannst ja ohne, wenn du als D kaufst, dann hast du da installiert, dass ja nicht über Steam. Okay. Jetzt hab ich noch mal wissen. Ne, ne, ne. Bei Steam. Wie gesagt, komm. Spielen zu viel fremde. Steam fremde spielen, ne? Hm. Das krieg ich auch wenigstens Erfolge. Machst du das eigentlich auf dem zweiten Account oder auf welchen hast du das? Ne, auf dem Haupt. So. Aber sagst du wahrscheinlich auf offline, ne? Jaja, sicher. Ja, das hab ich mir auch mal so gemacht, dass ich, wenn ich auch aufnehme, dass ich eher offline zöcke, weil dann immer dieses On, Off, On, Off von den ganzen Leuten. Ja, ja, das wär gut, das nimmst du ja nicht auf. Und wenn du dann, wenn du Monitoraufnahme machst, dann ja. Machst du, warum machst du Monitoraufnahme? Ja, das so, ich hab das deswegen gemacht, um, dass die Erfolge mit drin sind. Ach so. In der Aufnahme, deswegen. Mach ich nicht. Sonst macht er das ja nicht. Ich mach den Ötländer des Monats. Ich hab, oh, ich hab zwei Dinger gemacht, zwei Szenen. Hm. Vielleicht gleich mal ein Bild schicken. Und immer wenn ich einen Ötländer finde, der mir richtig auf den Keks geht, ne, dann benenn ich den immer den Ötländer des Monats. Okay. So behindert. Ich hab auch gemacht, Aufnahme gestartet, wo, bevor die Todeskala auftaucht. Und, ich steh in den Raum drin. Häng der erst mal. Tot. Und dann erst mal auf die Geschossen, die ganze Zeit. Schießt du den einen Typen nieder, passiert gar nichts. Schießt du einen von den anderen nieder, dann steht der andere wieder auf und dann kriegst du voll einen aufs Maul. Das ist schlecht so behindert. Also, wie schlimmer ist, ich hab jetzt, äh, meine, so wenn ich so spiele, ne, hab ich das nicht, hab ich diese, den legendären Red, äh, also den Red, äh, Skorpion nicht gefunden. Nehm ich auf, finde ich dieses Kack, dieses Kackskorpion, ne. Okay. Besonders das Ding ist Legendary. Man steht legendärer Red Skorpion an. Okay. Ja, ich bin erst wieder in Sanctuary zurück. Weiter bin ich halt mal nicht. Weil ich auch einer bin, der eher so in Ruhe zu... Auch wenn ich aufnehme. Das mach ich hier auch. Aufnehme mach ich auch in Ruhe zu haben. Ich baue sogar die Stadt auf. Ja. Fuck. Das mach ich zum Beispiel so nicht. Scheiß auf die Stadt.